und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundesgepflegten klembersteinbaus heute mal wieder mit einem kobe set und zwar der 2534 aus der historical collection world war 2 den panzer 1 ausführung a der panzer 1 ein panzer der nach dem ersten weltkrieg in die massenproduktion gegangen ist und am anfang des zweiten weltkrieges noch eine rolle gespielt hatte aber dann relativ schnell ausgemustert wurde aber natürlich auch trotzdem zu diesem düsteren kapitel deutscher geschichte dazu gehört und deshalb möchte ich hier auch noch einmal sagen wir schauen uns das ganze hier aus einem geschichtlichen interesse an und wir bauen hier geschichtliche fahrzeuge aus klembersteinen das heißt nicht dass wir hinter dem was damals passiert ist stehen oder dass wir in irgendeiner art und weise krieg verherrlichen wollen darum geht es auf keinen fall krieg ist in keinster weise etwas positives wenn wir uns die verpackung anschauen dann finde ich die gestaltung hier wieder sehr sehr schön gemacht man hat hier wirklich mehrere fahrzeuge abgebildet einen ausgearbeiteten hintergrund und das gefällt mir deutlich mehr als diese generischen komplett schwarzen oder komplett weißen verpackungen auf der oberseite haben wir mal wieder den qr code für mehr informationen sehr viel wichtiger andere sachen sehen wir hier nicht anders sieht es auf dieser seite aus denn hier sehen wir einmal es ist mal wieder pet printed wir haben hier keine sticker dabei und das set ist hergestellt in der eu was natürlich eine tolle sache ist auf der rechten seite haben wir dann noch einmal die figur um eins zu eins maßstab abgebildet und wir haben die maße des panzers gezeigt und zwar wird dieser am ende 15,5 cm lang 8 cm hoch und 8,5 cm breit auf der rückseite sehen wir dann wieder ein paar detail aufnahmen des panzer eins wir sehen auch hier noch einmal die maße wir sehen ein paar informationen zur luker p08 die in diesem set der tank commander mit sich führt und wir haben noch einmal ein paar infos zum panzer 1 ausführung a ihr könnt euch das video gerne anhalten wenn ihr euch das noch einmal näher durchlesen wollt und das historische vorbild ist natürlich auch noch mal abgebildet ich fand die panzer um 1 zu 26 maßstab von kobe bisher immer gut und hoffe natürlich dass das sich hier auch weiterhin durchziehen wird und dementsprechend machen wir das ganze auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an nicht schön finde ich schon mal dass wir wieder eine packung haben die wir aufreißen müssen also wir haben keine laschen dazu und wenn wir hier reinschauen ist der karton wenn wir wirklich freundlich schätzen zur hälfte gefüllt und das ist mir viel zu wenig den karton hätte man meiner meinung nach kleiner machen müssen und hier haben wir schon die steine tüten kobe typisch ist hier auf die steine anzahl gesehen wirklich sehr sehr viel einweg plastik im spiel und wir haben noch diese plate die ist nicht noch einmal einzeln eingepackt ich hatte persönlich mit kobe stein noch keine wirklich schlechten erfahrungen habe da aber jetzt in letzter zeit auch andere erfahrungsberichte gehört deshalb bin ich sehr gespannt was mich hier erwartet natürlich können wir aber wie immer über die steine qualität erst reden wenn wir auch damit gebaut haben und dann haben wir im karton natürlich noch die anleitung und die passt sich meiner meinung nach an die verpackung an mit der beschreibung unnötig groß davon abgesehen ist die anleitung klammer gebunden die papierqualität gefällt mir wieder sehr gut und auch die druckqualität der abbildungen ist sehr schön sind die abbildungen aber im vergleich zu der seite wirklich zu klein also man hätte die anleitung gut und gerne schrumpfen können wie eben auch die verpackung kobe typisch wird hier wieder ausgegraute was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird 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 in vollfarbe dargestellt eine bauabschnittsunterteilung existiert nicht ist aber bei der setgröße natürlich auch nicht nötig und insgesamt haben wir 45 bauschritte bis der panzer fertig ist dann haben wir noch mal eine teile liste wenn ihr euch das genauer anschauen wollt dann haltet euch das video wie immer gerne an und natürlich haben wir auch noch einmal einen werbeblock den blitz haben wir uns ja zusammen angeschaut und auch die anderen sachen sehen nicht schlecht aus ist aber natürlich auch nicht die aktuellste kobe kollektion und auf der rückseite finden wir noch weitere sets ich freue mich auf jeden fall schon sehr auf diesen bau und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder oh wartet mal kurz mein freund anniken hat scheinbar auch noch was dazu zu sagen sag mal gehörst du etwa zu den 72 prozent zuschauern die sich regelmäßig valleybrick videos ansehen aber nicht abonnieren dann solltest du schnell ein abo da lassen so jung und doch schon so weise und wir sehen uns das erste mal nach dem sechzehnten bauschritt wieder teile qualitätsmäßig ist mir bisher noch nichts aufgefallen was ungewöhnlich wäre aber ihr habt mir ja auch gesagt dass vor allem in den neueren sets die teile qualität nicht mehr so gut ist wie in den älteren sets da kann ich das set natürlich nicht dazu zählen ihr könnt ja mal gerne eure erfahrungen damit in die kommentare schreiben ob das noch mehr leuten so geht und ich werde mir natürlich auch noch neuere sets anschauen um zu schauen ob ich dort dieselben gefühle dazu habe aber in diesem set sind die steine so wie man das von kobe gewöhnt ist sie lassen sich recht fest verbauen man hat eine sehr sehr hohe klemmkraft aber es fühlt sich alles noch stimmig an die steine qualität vom aussehen ist auch gut wir haben glänzende steine mit vereinzelten kratzern das was natürlich bei kobe immer sein manko ist und gerade bei der farbe heraussticht sind natürlich die angusspunkte bei dem panzer haben wir bisher die wanne gebaut und auch schon die anfänge vom fahrwerk und wenn ihr euch die wanne so von der seite anschaut dann seht ihr das teil ist wieder richtig richtig massiv gebaut also wenn ihr mal den nothammer vergessen haben solltet und eine scheibe einschlagen müsst damit geht das auch wir schichten hier wirklich plates übereinander mit mehreren querverstrebungen da passiert gar nichts und fällt nichts ab den ersten druck haben wir auch schon verbaut und zwar hier hinten einen motorblock der da aufgedruckt ist ein gebauter motor wäre natürlich noch cooler in der größenordnung könnte man das aber auch nur sehr rudimentär andeuten und da finde ich die lösung hier ist ein schönes zwischending und immer noch besser als wenn man da einfach einen sticker hingeklatscht hätte mit der anleitung gab es bisher noch gar keine probleme und wer auf kobe bauten steht der ist hier bisher genau richtig ich hoffe natürlich dass das so bleibt und dementsprechend baue ich jetzt auch weiter und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen panzer wieder und damit ist der panzer 1 ausführung a von kobe die 2534 auch schon fertig grundsätzlich zur steine thematik habe ich hier noch etwas festgestellt was mir zumindest vorher noch nicht so sehr bei kobe aufgefallen ist aber in diesem panzer haben wir ungewöhnlich viele zumindest meiner meinung nach ungewöhnlich viele abweichungen im grauton und viele verschiedene grautöne klar kobe war nicht immer zu 100 prozent farbtreu was das angeht aber hier ist mir noch mal extrem aufgefallen und leider haben wir bei diesem set bei der angusspunkt problematik das problem dass man viele sachen hier nicht anders drehen kann damit der angusspunkt verdeckt ist und man deshalb besonders natürlich bei seinem dunkelgrauen modell überall diese weißen anguss punkte sieht die mich massiv stören und da muss man der realität ins gesicht blicken das kriegen andere hersteller auf jeden fall besser hin zu bedenken gebe ich trotzdem das ist ein set was auch schon genauso vor drei jahren produziert wurde ob es sich hierbei also um ältere steine handelt kann ich nicht zu 100 prozent sagen aber zumindest die angusspunkt problematik haben wir ja bei den heutigen steinen noch ziemlich ähnlich vom verbauen sind es typische kobe steine da gibt es überhaupt keine überraschungen wenn man schon das ein oder andere kobe set gebaut hat optisch haben sie den panzer 1 meiner meinung nach wieder für den maßstab richtig richtig gut getroffen hervorzuheben ist da wohl der nicht ganz mittig sitzende torm sondern der erst ja um eins nach links versetzt das ist genauso auch beim vorbild dann haben wir natürlich schöne details die hier aufgedruckt worden sind die schauen wir uns dann gleich noch zusammen an und ich finde auch die grundform haben sie wieder für den maßstab richtig gut hinbekommen also gerade für die vitrine ist das ein großer daumen nach oben aber es hat auch seine nachteile die wir uns gleich noch anschauen davor schauen wir uns noch die prints an da haben wir einmal dieses weiße kreuz hier das ist auf zwei steine bedruckt und der übergang ist richtig gut geworden dann haben wir jeweils auf dem geschützturm noch einmal zwei kreuze wir haben vorne bei der front ein kleines weißes kreuz wir haben hier noch mal diesen druck und auch auf der seite haben wir noch einen schönen druck dabei es sind diese standard kobe prints die jetzt nicht die detailliertesten sind aber trotzdem gut aussehen nur die weißen kreuze finde ich sind nicht zu 100% gut geworden da schimmert mir noch etwas zu viel grau durch aber auf diese steine weiß zu drucken ist natürlich auch keine leichte aufgabe bevor wir jetzt zu den sachen kommen die mich stören schauen wir uns noch zusammen die figur an und wir haben leider nur diese eine panzerbesatzung leider sage ich weil der im original immer zwei leute besatzung hatte da hätte ich es cool gefunden wenn sie noch eine zweite figur mit rein gepackt hätten die figure ist auf der brust bedruckt wir haben auch hier ein druck der rücken und die beine sind leider gänzlich unbedruckt wie bei den meisten alternativen klemmersteinfiguren schalten sich ja auch bei den kobe figuren die geister ob das nun einem gefällt oder nicht ich finde sie aussehensmäßig wie auch den panzer gut aber zum bespielen bzw zum bewegen der extremitäten geht mir das alles ein wenig zu leicht deshalb fühlt es sich leider nicht unbedingt wertig an und genauso wie bei der figur ist auch bei dem panzer das fazit dass es ein schönes vitrinen set ist aber es hat seine marke und diese marke haben mit der stabilität zu tun ja ich kann eure reaktion verstehen wieso sollte man bei kobe und der stabilität probleme haben es gibt aber zumindest leichte probleme aber bei diesen problemen ist die frage was wollte man erreichen und das hat man am ende meiner nach erreicht denn man wollte dass der panzer noch einmal detaillierter dargestellt werden kann und dementsprechend haben sie hier eher auf die details geachtet als auf die festigkeit alles bis zur wanne und bis zu diesem groben aufbau ist trotzdem hundertprozentig fest nicht zu 100 prozent fest wird es dann und auch etwas friemelig wenn wir den geschützturm bauen denn der geschützturm ist natürlich sehr sehr kleinteilig um die detail treue hin zu bekommen und hier wird es an einigen stellen schon wirklich knifflig den zusammen zu bauen und man muss schon in der handhabung davon auch etwas vorsichtiger sein um hier nicht irgendetwas abzurupfen deshalb wird die klappe die wir hier oben öffnen können auch bei mir wahrscheinlich meistens geschlossen bleiben dasselbe gilt dann für diesen teil hier wir haben hier natürlich einen perfekten hebel aber durch diesen perfekten hebel fällt das leider sehr sehr leicht ab weil es leider von oben nicht mehr gegen gekontert wird und der letzte punkt der relativ leicht absturz gefährdet ist ist dieser kettenschutz der hier montiert ist denn der wird nur von zwei sie klemms gehalten ist hier auch in sich etwas beweglich und wackelig und auch daher eher etwas für die vitrine und nicht für den einsatz neben der funktion dass wir hier oben die klappe öffnen können haben wir natürlich noch die ketten wie fast jede ketten laufen sie auf dem tisch leider nicht gut dafür ist der unterboden zu rutschig wenn wir ihm dann aber etwas grip geben wie zum beispiel bei einem teppich oder eben hier auf der anleitung laufen diese sehr sehr gut durch und das ist mir selbst beim vitrine modell doch relativ wichtig dass man weiß dass die funktionen auch funktionieren die dort angedeutet werden was dann noch etwas schade ist ist dass wenn wir den turm drehen wir hier die antenne mit abrupfen beziehungsweise auf jeden fall streifen aber auch an dem punkt war die optik wichtiger als die funktion und deshalb muss man eben einfach festhalten das hier ist kein spielset das ist ein vitrinen set und wenn man auf militärische klemmbausteine steht und eben auch auf solche geschichtlichen sets in diesem maßstab dann kommt man meiner meinung nach immer noch nicht an kobe vorbei obwohl hier auch schon leichte schwächen sich offenbart haben trotzdem bekommt die 2534 von mir auf jeden fall immer noch eine kaufempfehlung weil das vorbild hier eben so gut getroffen wurde und da kann man auch damit leben wenn die stabilität am ende etwas leidet und das ist ja auch wirklich nur auf den turm bezogen dass dort auch der bau dann sehr friemelig wurde und eben nicht so viel spaß gemacht hat das ist aber auch ein kleiner teil vom panzer was man noch an der steine anzahl bemerken muss ist dass von den 330 teilen natürlich alleine 78 kettenglieder dabei sind aber dass kobe jetzt kein billig hersteller von den preisen ist das ist uns denke ich allen bewusst und deshalb gibt es von mir auch für leute die sowieso gerne mit kobe bauen eine kaufempfehlung dass man hier kein spielset bekommt ist denke ich auch den allermeisten am anfang bewusst wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir mal gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gern einen daumen nach oben und ein abo da ihr habt ja auch vorhin anakin gehört nicht dass der noch sauer wird und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick